Wenn du mein iPhone hackst, dann hast du mein komplettes Leben. Du hast meinen Passwort-Manager, du hast meine ganzen Banking-Daten, du hast meine Kreditkarten, du hast alle meine Social-Media-Accounts, du hast alle meine Dateien, wenn du es vernünftig machst. Was ich damit einfach sagen will, der Anreiz an iPhone-Zwecken ist viel höher als mein Hack, wo meine paar Videos drauf sind.